Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Serverankündigung. Ich habe ja im Frühling den Wildserver gemacht, Wild Kingdom, und der ist richtig gut gegangen. Ich habe aber nach einiger Zeit gemerkt, ja, ich kann mich nicht so fesseln. Es gibt immer wieder Streit rein und so. Und deshalb habe ich lange Zeit nachgedacht, auch weil es so heiß war, so große Luftwürdigkeit. Ich konnte wirklich nicht gerne vom, ja, angenehm aufnehmen. Deshalb habe ich einfach mal Pause gemacht. Tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen länger gegangen ist. Vor allem habe ich aber eben dafür viele neue Ideen gesammelt. Und die möchte ich euch so ein bisschen heute erklären. Es ist jetzt einfach mal so der Beginn, bevor ich einen Server kaufe, also einen Host, und dann einen Server mache und dann wieder merke, ja, die Kollegen haben nicht so viel Lust und neue kommen auch nicht so. Deshalb möchte ich es einfach mal so noch lassen. Schaue, wie viel zuschauen, wie viel auch spielen wollen dann. Und was ihr so für Ideen habt und, ja, wie es einfach mal angenommen wird. Also, das Erste ist, wir machen eine normale Welt. Da dürft ihr bauen, wie ihr wollt. Und wir machen auch wieder so freie Grundstücksgrößen und haben dann eine andere Welt, wo wir regional bauen, je nachdem, was ein Biom ist oder einfach so Stadtteile von einer gigantischen, grossen Stadt. Da dürft ihr dann ein chinesisches Viertel machen, ein griechisches, ein römisches, ein mittelalterliches Viertel und so weiter. Und dort könnt ihr dann Rollenspiel machen, dafür sorgen, dass jeder genug Rohstoffe hat, ja, Fabriken machen, Sehenswürdigkeiten, alles Mögliche, was so richtig aussieht wie eine Großstadt, vielleicht auch mit Strand, hier kann man jetzt zum Beispiel nicht so einen Strand machen. Aber, ja, dass wir so eine Rollenspielwelt haben noch, das werde ich dann auch let's play natürlich. Weil oben, wenn ihr nur ein Haus baut und so, dann wisst ihr gar nicht mehr, was ihr wahrscheinlich so gerne noch bauen möchtet und so. Deshalb einfach verschiedene Sachen. Also, dass ihr wirklich eine Welt habt, wo ihr bauen, also ein Haus bauen könnt, wo ihr alles lagern könnt und so. Und ein anderes Gebiet, also eine andere Map, wo ihr dann schön bauen könnt, etwas Eindruckendes bauen könnt. Wo ihr Motivation habt, wo ihr dann auch Rollenspiel machen könnt und im Rollenspiel dann auch wieder mehr Lust habt zu bauen. Und da kann ich das einfach auch ein bisschen, ja, garantieren, dass Leute auch auf dem Server bleiben. Nicht gleich wieder die Lust verlieren, weil 1.12 ist ja jetzt auch nicht so weltbewegend viel Neues dazugekommen. Also 1.11, bei 1.12 meine ich von 1.11. Tja, aber eben, ich will motivieren. Kollegen sagen immer wieder, ja, mach wieder einen Server bitte und so. Aber eben, ja, es ist halt schwer für mich und deshalb wird es wahrscheinlich auch jemand anderes für mich übernehmen. Und trotzdem können wir dann, kann ich dann einen eigenen Server haben, je nachdem. Vor allem haben wir da noch die Formwelt. Da werden wir verschiedene Portale natürlich haben. Und dann haben wir sicher auch noch eine Welt, wo irgendwas Spezielles, zum Beispiel PvP an ist. Wo wir dann wirklich auch Arenen machen können und so weiter. Aber dass wir dann alles, ja, dazukommen, wir werden wirklich so richtig vieles auf euren Wünschen machen, dass ihr wirklich vieles auch so haben könnt, wie ihr es wollt. Und ja, jetzt habt ihr sogar ein Rezeptbuch hier oben rechts. Und deshalb kann man da richtig viel Tolles schnell machen, vor allem. Und ich glaube, automatisches Craften ist drin. Und ja, ist wirklich schon toll gemacht. Aber eben für ein Update, das jedes Jahr, ja, nicht mal jedes Jahr kommt, ist das wirklich ein bisschen zu wenig. Deshalb wollen wir uns eigen ein bisschen dazu noch motivieren. Also, danke schön fürs Schauen, für dieses Ankündigungsvideo. Ein Recessuosenpack habe ich leider noch nicht so gefunden. Die gibt es leider noch nicht so ganz. Aber das 3D-Texturepack, das finde ich schon ein bisschen zu sehr 3D. Vor allem haben wir hier Steine. Genau. Sieht eigentlich eher aus wie Lego. Und es leckt hier drin beim Dorf. Nur beim Dorf. Komischerweise. Aber ich habe hier mal noch die Blöcke hingestellt, die ein bisschen 3D sind. Das ist wirklich mir ein bisschen zu viel 3D. Es fängt zu schnell an zu laggen. Ich kann leider nicht Optifine reinmachen. Forge halt auch nicht, weil ich beim Pixel-Projekt, Pixelmon-Projekt mitmache. Bei Chenex. Und deshalb geht es nicht. Deshalb. Naja. Sieht es aus, scheitern uns andere. Hat Blöcke drin, die. Ja, so. In Arbeit sind sozusagen. Sieht da zwar angestellt, dass es 1.12 ist. Aber es ist leider erst, scheiße, Snapshot oder noch weniger. Es gibt wirklich viele untexturierte Blöcke hier. Was ist denn das? Kokobohn. Komisch, komisch. Naja, es ist auch nicht so ein schönes. Gut. Also mehr Infos gibt es zunächst. Also wenn ihr wirklich wollt, kann ich das auch schnell machen. Aber ich muss mindestens einen, einer haben, der mir das bisschen übernimmt. Weil ich mir sehr viel zahlen muss momentan. Es sind alles sehr teuer hier in der Schweiz. Habe ich so das Gefühl. Und deshalb kann ich das nicht so gut entbehren. Weil ich gehe auch manchmal recht auf Reisen und so. Muss auch Geld ausgeben. Weil ich zu einem Kollegen reisen muss. Und der wohnt recht weit weg. Deshalb habe ich da wenig Geld zur Verfügung. Ich kann wirklich auch keine Spiele momentan bezahlen und so weiter. Muss ich mal schauen. Aber Hauptsache wir haben ein Server, wo wirklich alle auch sehr gut zusammenleben können. Einfach so eine zweite Welt. Wie Second Life. Das ist immer toll gewesen. Habe ich viel ein bisschen gespielt. Aber es ist halt auch eher so eine Single-Option. Muss man halt sehr viel simulieren. Und in Minecraft geht es viel einfach. Gut. So. Jetzt alle Textabacks raus. Gut. Ja. Mal schauen wie sich das so entwickelt. Also bis die Textabacks kommen. Und die Mods. Und dann mal noch überdenken. Was ich dann reinnehmen soll. Und ja. Also wer mitmachen will. Der kann sich ja mal melden. Mal ein bisschen Daten geben. Minecraft Name. Und die Interesse, was ihr machen wollt. Und ja. Alles Weitere werden wir dann sehen, wenn das Server aufgeht. Tschüss Leute.